Hey, stop! It's Cringe Promotion, man. Hey, stop right now! Kick-Logo muss weg? Ich glaub, es gibt kein Kick-Logo. Oh mein Gott. Cringe. Oh Gott. Ja, mach das weg, Bro. Mal lass uns das Weiß machen. Oder wenn wir stärker wären gerade, dann wär's auch krass, wenn wir das Weiß machen, dann hier so in diesem geschnörkelten so ein L hinmachen. Konkurrenz zu Twitch gleich Cringe? Nee, nee, nee. Konkurrenz zu Twitch ist gut. Nur Kick ist bisschen goofy halt. Ey, Bruder, dieses Ich-Jungs, for real, dieses Kick darf am Ende da nicht drauf sein. Das ist, das sieht so scheiß aus. Bruder, das sieht so scheiß aus, Bruder. Das ist einfach nur Werbung für seinen Scheiß-Stream. Das ist so wack. Es geht nicht unbedingt darum, dass es nur Kick ist. Es sieht einfach so wack aus, Bro. Lass einfach kurz Pixel aufladen und Kick auslöschen. Ja, 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 ja. Lass uns Angriff machen. Lass uns aufladen und Angriff machen. Ich will eigentlich nicht so was mit, ich will weder Twitch noch Kick da haben. Ist ja cool, wenn da einfach eine coole Artwork wäre, weißt du? Der Kick-Viewer hat auch, äh, stream hat auch 33.000 Zuschauer. Ja, ja, deswegen, es muss irgendwas Einfaches sein. Es muss irgendwas sein, was einfach nicht das ist und dann am besten übermalt wird demnächst. Wir gehen erstmal für alles schwarz, simpel. Ich glaube, das wird nicht so stark sein, Bro, weil ich glaube, Leute, die wirklich freiwillig auf Kick sich Streams reinziehen, sind Psychopathen, Bro. Drei, zwei, eins. Alright, Vollgas Chat, Vollgas, Vollgas, Vollgas. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Big, big attack. Schön, schön, schön. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn Leute das sehen, dass dann Leute noch mithelfen. Bro, die bauen so crazy wieder neue. Ja, ja. Bro, keiner würde da hingehen und würde jetzt so schreiben, platte Twitch oder so. Weißt du, was ich meine? Es geht gar nicht um Kick allgemein. Es ist einfach über cringe irgendwie, you know? Zwei, eins, let's go. Alright, go, 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 go. Der Typ ist mega mad. Wer der Typ? Da möchte ich nochmal kurz eine Reference schlagen zu dem Take, den ich schon damals bei Überkick gemacht habe. Ohne ihn jetzt nochmal aussprechen zu müssen, aber da möchte ich nochmal den Bogen schlagen. Bro. Little Bro mad über ein paar Pixel, Alter. Dieses Licht. Chat, schau dich das hier an, okay. Und dann kam jetzt einfach nur er hier dazu. Ich hatte Arnie geschrien. Ich hatte Arnie geschrien. Jo, man. What happened? What happened? What happened? Der muss dem Wink quacken. What are you doing, brother? Er sagt, hello. Hey man, nice to meet you. What are you doing? We're placing pixels over your artwork, man. It's ugly. We really like your bling bling. Hey man, nice to meet you. What are you doing? Stop, man. Stop. But bro, it's... Stop. It's cringe promotion, man. Stop right now. Stop. It's cringe promotion, man. Stop. Warum ist er so sauer, Digga? Stop right now. Red Bull. Red Bull. Red Bull. Red Bull is so bad. Monster. Oh, du Scheiße. Monster. 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 One question. Do you drive a GTI? Have you ever heard of Volkswagen? Delicioso. Oh my God, Bruder. Ich scheiße mir die Hose, Digga. Ist das scheiße, Bruder. Aber ich finde, das passt noch mehr zu dir. Digga, das passt ja jetzt noch mehr zu dem, Bro. Oh my God. Bro, wenn er jetzt hier auf einmal noch reinläuft, Bro. Er hier. Bruder, ciao, Alter. Das ist vorbei. Dann ist vorbei. Oh my God, Bro. Wenn er den auch noch hat, habe ich alles gesehen, Bruder. Wir sollten jetzt irgendwas zeigen, wo er so denkt, oh, das ist meins. Das sollte er so rasig dran rächen, you know? Das wäre echt lustig. Okay, okay. Rosines Restaurant. Ja, ja. Okay, guys. Let's build the Rosines Restaurant. Hopefully he doesn't attack it. Ja, ja. Scheiße. Soll ich das so die ganze Zeit laufen lassen, falls er noch mal ankommt? Ja, ja. Und dann greifen wir ihn noch mal an. Dann greifen wir noch mal an. Das ist smart. Oh, er schaut mit Insta. Ja, er soll ein Follow da lassen. Aber er schreibt meine Freundin an. Ja, die steht leider nicht auf Versager. Zu schade. Du musst volljährig sein. Zu schade, Bro. Ja, dann lassen wir währenddessen noch mal ein paar Pixel über sein Ding placen, oder? Ja, okay. Okay, das ist doch gutes Timing gerade. Aber zähl du runter. So mach ich das. Ach so, go, 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 go. Lass direkt neu machen. Lass direkt neu machen für vier Minuten. Ja, Bro, ist einfach cringe hier. So Promotion, Bro. Fucking cringe. Keiner geht hier hin und schreibt so, yo, Bonsch war Twitch oder so. The fuck, Bro. Außer halt Herr Rosin. Herr Rosin hat schon sein eigenes. Außer Rosin. Der hat hier seine Promotion. Aber der hat sie auch nötig. Okay, guys. Let's build the Rosin. Papa, can we fix and expand? Turkish Flag is well. We need to strengthen our alliance. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro. Ey, mein Chat schreibt so Kick Viewer und dann so n dicken, Bro. Ist das asozial, ey. Ist das scheiße, Bro. Lass aus dem Wehen so n Kreis einfach machen oder so aus schwarz. Let's go. Okay. 3, 2, 1. Go. 3, 2, 1. Los. Lass hier so n Ball draus machen oder so. Nice. Bro, jemand meint auf jeden den Red Bull Artwork über seinen zu machen. Oh, wie geil wär das denn? Oh mein Gott. Dann fliegt er ja komplett. Okay, das wär wirklich gut. Hier diese. Ich blende einfach nur das ein. Oder? Er sagt das. Er sagt das. Er sagt das. Oh mein Gott. Das funktioniert. Das funktioniert. Oh nein, 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 nein. What the fuck, what the fuck, what the fuck. What the fuck. Chat, watch out. What the fuck. Ich denke, diese dumme Nuttensöhne. Ja. Oh, er hat's. 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 Oh nein, alles ist kaputt. Nooo. Oh nein. Wir werden uns rächen. Nein. Nein. Ey. Und danach zeigen wir die Ponies. Oh, fuck, man, holy shit, huge attack, huge attack, fuck, repair, chat, repair, holy shit, hopefully, hopefully, he doesn't attack this one, oh, fuck, oh, no, watch out, watch out, watch out, watch out for this one, sind die dumm, die glauben, die haben mich richtig gefickt, ja, ja, Basti schreibt nur, oh, oh, es eskaliert, oh, der freut sich so, der freut sich so doll, das ist so geil, und der Einzige, der drunter liegt im Bett, das ist nur Wieland, der schläft, weil er mit seiner Familie Zeit verbringt, ja, oh, Gott, er hat El Pony gesagt, El Pony gesagt, El Pony, oh, no, 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 no Oh, no, 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 er beißt an, er beißt an, wir haben ihn, oh, no, 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 repair, 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 chat, repair, 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 oh, my God, es funktioniert nichts, wie funktioniert das, wie funktioniert das, oh, my God, er hat gerade nochmal ans Rosinen rangezoomt und gezeigt, dass es komplett ausgelöscht ist, mm, herrlich, ey, sein Logo ist gone, oder, weiß nicht, was das in der Mitte wird, die Red Bull Dose, nein, doch, zum Glück ist das, das ist eine Red Bull Dose, oh, mein Gott, hol mal eine Red Bull Dose und trink die zum Ende, halt die so in der Hand, rastet so aus, dicker, und dann, wenn er, wenn er, ich warte bisher auf meinen Stream aufmacht und dann, dann mache ich die auf, oh, er ist da, ey, er ist da, und dann zeigst du so drauf, oh, that is this, oh, are you guys building a Red Bull, can? Oh, what the fuck? Not Turkey, let's save Turkey, let's save our allies Turkey, put a chat right off in English, fuck not Turkey, yeah, oh, dicker. Bruder, er hat so nichts Sinnvolles vorher, er hat so null Kreativität einfach, bruder, er hat bis jetzt ein weißes Feld mit seinem verschissenen Logo drin gemacht und dann drunter Kick geschrieben, dicker, das ist die beschissenste Idee auf Planeten. Habt ihr euch damit schon fast gerechnet, was er jetzt getan hat? Bro, er macht gerade, er macht gerade zwei Männer, die sich küssen, macht er gerade grün. Oh, mein. Ich hab's dir schon fast gedacht. Wo ist das, wo ist das, wo ist das, wo ist das? Ganz oben. Guck mal, das ist so wieder das, was ich, also, checkt ihr, was ich meine, da sieht man wieder ein Pattern. Das ist einfach mal wieder ein klassisches Pattern, was sich hier bildet. Das ist wieder ein klassischer Fall von, da hat jemand zu wenig Liebe bekommen in der Kindheit. Oder zu viel Monster. Oder das. Boah, wir können froh sein, dass das nicht Skurrus ist, sonst hätten wir jetzt ein Anwaltsschreiben morgen im Vosfach liegen, hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Seepracht dauert lang, wenn er das schreibt, dann bin ich mit Open Anselm schon fertig. Die bewohle ich hier eh nicht mehr. Ciao. Bruder, wir haben einfach einen random Kickstreamer aus Spanien dazu gebracht, dass er Rosins Restaurant löscht. Er ist nur von Romatra aufgebaut. Oh, Partner-Streamer Wesker says he's not homophobic, but he would shoot a gay person 70 times. Ja, ja, asymetrisches Eierpatter. Ich hab's auch gerade gesehen, hab mal gedacht, ja, 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 schon, nur Twitch-Streams. Because he doesn't want to see gay things. Ey, ich bin immer noch der Meinung, dass Leute, die so krass homophob sind, dass die in sich drin einfach selber eine Tendenz haben, einfach gay zu sein oder bi. Und es ist aber so krass, ja, das ist so krass unterdrücken in sich drin, dass es in den Hass überschwillt. Spanien, deine These wird ja nicht so weit entfernt, ne? Ey, Bruder, ey, das ist wirklich wieder, das ist wieder, das gibt mir, oh, man. Es gibt so Stereotypes, die auf Kickstream einfach. Und das ist wieder, das ist wieder so eine Bestätigung für diese Plattform, bro. Oh, mein Gott, einer hat geschrieben, Kick Deal in 3. Einer hat das da drunter geschrieben vor vier Monaten, bro. Fucker was made in a Kickstreamer lab. He used to stream slots actually, so yeah, most probably he gonna move to Kick. Digga, ich weiß nicht, was ich wilder finde. Dass er gesagt hat, dass er jemanden, der gay ist, 17 Mal erschießen würde. Oder dass er davor gesagt hat, dass er nicht homophob ist. Welchen der beiden Aussagen, welches schockiert mich mehr davon? Bro, what the fuck, Alter. Was ich so krass finde, ist, dass er halt trotzdem noch streamt, weißt du? Das wird so für 40.000 Leute, ich check das. Bro, da sitzen 40.000 Leute, die gucken den einfach.